Moin, ich bin Ulrich Gartmann und bin vor 20 Jahren als Geschäftsführer zur Nordwest Mediengruppe nach Oldenburg gekommen. In Hamburg bin ich aufgewachsen. Hamburg ist auch eine tolle Stadt, aber ich kann sagen, dass Oldenburg mittlerweile zu meiner Heimat geworden ist. Und Oldenburg ist die Heimat, für die ich mich engagieren möchte. Mit Katja und dem Hund Paula wohne ich im Haareneschviertel. Ich bin Diplomkaufmann, 25 Jahre lang als Geschäftsführer in verschiedenen Unternehmen gewesen, die längste Zeit bei der Nordwestzeitung, 17 Jahre lang. Und ich möchte jetzt die neue Freiheit nutzen, um mich für Oldenburg zu engagieren. Zukunft ist das, was wir heute entscheiden. Und diesen Plan für die Zukunft möchte ich gerne zusammen mit dem Rat, mit der Verwaltung und den Bürgerinnen und Bürgern von Oldenburg entwickeln und umsetzen. Ich glaube, das war eine Punktlandung. Ich glaube, das war eine Punktlandung.